Magisches Schloss Jetzt ist es Zeit für deinen Mittagsschlaf. Chelsea, wie sieht es denn hier aus? Du hast dein Bett ja gar nicht gemacht. Und überall liegt Spielzeug rum. Mir doch egal. Ich möchte nicht aufräumen. So, so, junge Dame. Dann können wir auch leider nicht in den Freizeitpark. Was? Du wolltest mit mir in den Freizeitpark? Es ist deine Aufgabe, dein Zimmer aufzuräumen. Wenn du das nicht machst, dann gehen wir auch nicht in den Freizeitpark. Okay, okay. Ich räume gleich auf. Lass dir ruhig Zeit, mein Schatz. Fertig. Mama, wir können los. Mama, darf ich es noch mal versuchen? Okay, einmal noch. Oh, ein Herz. Mama, schau. Ich habe einen Teddy bekommen. Oh, wie süß. Ah, hallo Sophie. Barbie, trinkst du auch einen Kaffee? Ja, gerne. Oh, so ein süßer Teddy. Ich schenke ihn dir. Ich spiele nicht mit Teddys. Dankeschön, Tom. Mama, dürfen wir Riesenrad fahren? Ja, mein Schatz. Und los geht's. Oh, Chelsea, sollen wir auf Boxautos fahren? Ja, ich fahre mit dem Rosa-Auto. Und ich mit dem Blauen. Oh, ja. Die beiden haben Spaß. Damit sie hierher darf, hat sie ihr Zimmer aufgeräumt. Und Tom hat seine Hausaufgaben gemacht. Hahaha.